Die achte Geschichte Zu guter Letzt, der Magier behält wieder einmal Recht, und ein Dachs vollendet sein Werk. Ludwig der Maulwurf saß an seinem neuen Schreibtisch und blickte durch die dicken Gläser seiner Lesebrille auf einen Brief, den er mit viel Sorgfalt verfasst hatte. Ludwig hatte sich die Zeilen auf dem Blatt Papier schon mehrere Male aufmerksam durchgelesen, um sicherzugehen, dass er sich wirklich nicht verschrieben hatte. Der Maulwurf war kein geübter Schreiber. Früher hatte er seiner Frau von Zeit zu Zeit lange Briefe geschickt. Das war zwar jetzt schon viele Jahre her, doch seine Frau sah in ihm noch immer den forschen Briefeschreiber von damals und ließ keine Gelegenheit aus, dieses Talent ihres Mannes zu fördern. Sie mochte talentierte Tiere. Deshalb war sie auch die Vorsitzende des Kunstvereins, der jeden zweiten Donnerstag im Monat eine Ausstellung mit Bildern und Gedichten von Künstlern aus dem Mäusewald veranstaltete. Wenn eine neue Ausstellung oder eine Dichterlesung stattfand, musste ein Schreiben an die Mitglieder des Vereins geschickt werden. In so einem Fall musste sich Ludwig an die Arbeit machen. Zugegeben, an seinem neuen Schreibtisch schrieb es sich etwas bequemer. Dieser Brief war jedoch ein besonders wichtiger Brief. Ludwig stand aus seinem Sessel hinter dem Schreibtisch auf, nahm den Brief und ging zur großen Tür hinüber, die aus seinem Arbeitszimmer hinaus in den Vorraum führte. Hätte Ludwig eine Sekretärin gehabt, dann hätte sie bestimmt dort gesessen und auf einer Schreibmaschine getippt. Aber er hatte keine Sekretärin, doch der Maulwurf hatte einen hilfsbereiten Nachbarn, den seine Frau am Morgen gebeten hatte, ihm beim Briefeschreiben zu helfen. Klaas, die Eidechse, saß allein im Vorzimmer und hielt eine Schlappmütze in den Händen. Als Ludwig das Zimmer betrat, stand Klaas auf und zog sich die Jacke zurecht. »Tag«, sagte Klaas. »Ja, Sie sind jetzt von meiner Frau geschickt worden, um hier zu assistieren, nicht wahr?« fragte der Maulwurf und kniff die Augen zusammen, weil die Eidechse so dünn war, dass sie für einen kurzsichtigen Maulwurf nur schwer erkennbar war. »Das bin ich wohl«, sagte Klaas. »Nun also, hier haben wir den Text«, sagte Ludwig und hielt den Brief in Richtung des Kleiderständers, der Klaas entfernt ähnelte. Die Eidechse lief um den Maulwurf herum, nahm ihm den Brief aus der Hand und sah ihn sich an. Da kam Frau Maulwurf in das Zimmer und war begeistert, dass Klaas und ihr Ludwig schon so gesellig beisammen standen. Sie mochte gesellige Tiere. »Ludwig, hast du den Brief schon geschrieben?«, fragte sie. Sie entdeckte das Blatt Papier in der Hand der Eidechse und zog es ihr weg, weil die Dame es eilig hatte, und überflog die Zeilen. »Ganz wunderbar, Ludwig!«, rief sie laut und drückte Klaas den Brief wieder in die Hand. Dann schob sie die beiden Männer durch die Tür in das Arbeitszimmer des Maulwurfs und sagte, »Jetzt schreibt ihr zwei den Text so oft ab, bis wir genug Briefe haben. Alle Bewohner des Waldes müssen einen solchen Brief erhalten. Beeilt euch und gebt euch bitte Mühe!« Dann schloss sie die Tür hinter ihnen ab. Die Eidechse und der Maulwurf begannen zögernd mit dem Schreiben der Einladungen. Nach zwei Tagen kam ein Postangestellter vorbei, um die Briefe abzuholen und zum Postamt zu bringen. Als der müde Klaas und der überarbeitete Ludwig ihm das Paket mit den Umschlägen überreichten, bekam der Angestellte den Eindruck, dass die beiden eine jahrelange Freundschaft verbannt. Dabei waren es lediglich zwei Tage gewesen. Am folgenden Donnerstag saß der Biber, der das Postamt am Fluss leitete, an seinem großen Postsortiertisch und sortierte die Briefe und Päckchen nach den Adressen der Empfänger. Das Wasserrad klapperte und der Fluss rauschte und plätscherte, als sich plötzlich die Tür des Postamts knarrend öffnete und der Magier eintrat. Als er durch den Raum über den alten Holzfußboden zum Biberhühn überging, konnte man sich nicht sicher sein, ob es die Holzbretter unter seinen Füßen oder die Knochen des alten Mannes selbst waren, die leise knarrten. Vertrauensvoll wandte sich der Magier an den Biber, um ihn erneut mit einer Frage zu stören, die er ihm in den letzten Wochen schon einmal gestellt hatte. Der alte Mann räusperte sich. »Sagen Sie, Herr Biber, ist vielleicht Post für mich angekommen?« fragte der Magier höflich. Der Biber sah den Magier ungläubig an. Für einen Moment hielt er die Frage des Besuchers für einen dummen Scherz. Dann dachte er daran, dass der Magier vielleicht wunderlich wurde, weil er doch so unheimlich alt war. Er sah dem Magier in die Augen und dachte darüber nach, wie alt dieser sein mochte. »Herr Biber?« fragte der Magier und war sich nicht sicher, ob er schon nach der Post gefragt hatte, nicht weil er alt und vergesslich war, sondern weil der Biber nicht antwortete. »Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass wir Ihnen die Post nach Hause zustellen, und hier ist auch nichts liegen geblieben,« versicherte der Biber dem Magier, und wäre er etwas größer gewesen, dann hätte er dem alten Mann auf die Schulter geklopft. »Hier gibt es bestimmt Post für mich,« sagte der Magier überzeugt. »Hatten wir das nicht schon einmal?« fragte der Biber besorgt. Weil es zu kompliziert war, dem Biber zu erklären, dass er sich auch beim letzten Mal nicht geirrt hatte, verzichtete der Magier darauf. Trotzdem gab er nicht auf. »Hören Sie, alle Bewohner des Mäusewaldes haben in den letzten Tagen einen Brief bekommen, jeder einzelne von Ihnen. Nur mein Brief scheint verloren gegangen zu sein,« sagte der Magier. »Ich habe mir meinen Brief gestern Morgen zugestellt,« sagte der Biber. »Ich hätte jedoch noch keine Zeit, ihn zu lesen.« »Vielleicht sollten Sie auch noch einmal genau in Ihren Briefkasten schauen, und dann finden Sie vielleicht Ihren Brief.« Der Magier wurde ungeduldig. Er hatte heute schon so genau in seinen Briefkasten geschaut, dass er befürchtete, es übertrieben zu haben. Also öffnete der bärtige Mann seinen hölzernen Koffer, den er wie immer am Riemen über der Schulter trug, und holte einen Zauberstab heraus. Eigentlich brauchte ein richtiger Magier keinen Zauberstab, um zu zaubern, aber mit dem Stab konnte er dem Biber signalisieren, dass nun Zauberei im Spiel war und dass Ruhe und Konzentration gefragt waren. Der Magier schwang den Zauberstab. Kleine, zauberhafte Funken zischten dabei durch die Luft und glitzerten in den verschiedensten Farben. Der Magier murmelte einen magischen Satz in einer alten, fast vergessenen Sprache. Übersetzt bedeutete er etwa »Passt auf, jetzt kommt Magie! Da weiß man nie so genau! Nicht, dass sich nachher jemand beschwert!« Dann zeigte er mit dem Zauberstab in den Raum, und ein kleiner Blitz zuckte aus der Spitze des Stabes. Er schlug zischend in einem Wandschrank nahe des Postsortiertischs ein. Daraufhin schien der Schrank lebendig zu werden und lief auf seinen kurzen, hölzernen Beinen rumpelnd ein paar Schritte von der Wand weg auf den Magier und den Biber zu. In diesem Moment sah der Magier fast noch erschrocken aus als der Biber. Zum Glück blieb das Möbelstück nach einem Augenblick wieder reglos stehen. An der Wand, dort, wo bis eben noch der massive Schrank gestanden hatte, lag ein Brief auf dem Boden, der dem Biber beim Sortieren der Post heruntergefallen sein mußte. Der Magier hob ihn auf und las die Beschriftung auf dem Umschlag. An den Magier. Mäusewald. Der alte Mann öffnete den Umschlag und überflog den Brief. Liebe Freunde und Nachbarn, der Kunstverein des Mäusewalds freut sich, Sie alle zu einem ganz besonderen Ereignis einladen zu dürfen. Am nächsten Donnerstag zeigt einer der großen Künstler unseres Waldes der Öffentlichkeit zum ersten Mal seine Gemälde. Die Werke, die in den letzten Jahren entstanden sind, zeigen den Wald und seine Bewohner in den unterschiedlichsten Situationen und Lebenslagen. Vielleicht finden sie sich im Werk des Künstlers wieder. Vielleicht lernen sie den Wald von einer Seite kennen, die sie zuvor nicht bemerkt haben. Wir freuen uns auf ihren Besuch am nächsten Donnerstagnachmittag auf der Dotterblumenwiese. Mit freundlichen Grüßen, der Kunstverein des Mäusewaldes. Der Magier reichte dem Biber den Brief. Dieser überlegte einen Moment lang, ob er das Schreiben überhaupt lesen durfte, weil es nicht an ihn adressiert war. Der Biber wußte, daß man keine fremde Post lesen darf. Aber weil der Brief sich an alle Bewohner des Waldes richtete und sein eigener Brief ungelesen zu Hause auf dem Wohnzimmertisch lag und weil der Magier es ihm erlaubt hatte, las er ihn schließlich doch. Oh, das ist heute nicht wahr, sagte der Biber. Jetzt gleich, um genau zu sein, antwortete der Magier. Können wir es noch rechtzeitig schaffen, fragte der Biber. Die Augen des Magiers funkelten. Das war die Magie, die vor wenigen Minuten den Schrank bewegt hatte und die sie jetzt mit etwas Glück und Konzentration rechtzeitig zur Dotterblumenwiese bringen konnte. Wir können, sagte der Magier. Die beiden verließen das Postamt und nachdem der Biber die Eingangstür verriegelt hatte, hob ihn der Magier auf seine Schulter. Dann konzentrierte sich der alte Mann angestrengt und versuchte, magische Kräfte zu sammeln. So etwas hatte er schon lange nicht mehr gemacht und zuerst war er sich nicht sicher, ob es überhaupt funktionieren würde. Doch dann geschah es. Der Magier stand schon nicht mehr auf dem Boden, sondern er schwebte gut zehn Zentimeter in der Luft. Der Biber hielt sich am Kragen des Magiers fest und der alte Mann beschleunigte. Er wurde immer schneller, bis er schließlich mit dem Biber vom Postamt auf der Schulter mit hoher Geschwindigkeit über die sandigen Wanderwege raste, die zum Mäusewald führten. Das war ein merkwürdiger Anblick. Der Magier stand aufrecht und bewegte sich nicht, doch er glitt so schnell voran, dass der Sand in einer staubigen Wolke hinter ihm aufwirbelte und ihm sein weißer Bart um die Ohren wehte. Als der Magier mit dem Biber zusammen in den Mäusewald einbog, da sprang plötzlich ein kleines Tier mit buschigen roten Schwanz und schwarzen Knopfaugen aus einem Busch hervor und sah den alten Mann an. Es war Eduard das Eichhörnchen. Eduard war von seinen Freunden schon vor Tagen als vermisst gemeldet worden, weil er beim Hinter etwas hervorspringen üben verschwunden war. Das Eichhörnchen hatte die Zeit genutzt, um über sein Leben und über Eicheln und Nüsse nachzudenken. Der Magier bremste ab und schaukelte daraufhin in der Luft wie eine Boje auf dem Meer. Eduard, was machst du denn noch hier? fragte der Biber das Eichhörnchen von der Schulter des Magiers aus. »Oh, hallo«, sagte Eduard, »habe ich etwas verpasst?« »Wir haben es eilig«, sagte der Magier, »du bist eingeladen.« Während er das sagte, klopfte der alte Mann mit der linken Hand auf den Holzkoffer, den er an seiner rechten Seite trug. Eduard brauchte keine lange Erklärung. Er lief flink an den Beinen des Magiers hinauf, sprang auf den Holzkoffer und hielt sich am Lederriem fest. Der Magier setzte ein paar Meter zurück und dann glitt er mit hoher Geschwindigkeit weiter den Waldweg entlang. »Ich glaube, so kommen wir nicht weiter«, rief Herr Köhler. Der Mäuserich war mit seinem alten Freund Herrn Braun auf einem Wagen unterwegs, den sie von den Dachsen geliehen hatten. Herr Köhler saß auf dem Fahrradgestell, mit dem das Gefährt angetrieben wurde, und trat fest in die Pedale. Doch der Wagen bewegte sich nicht vom Fleck. »Wir werden uns verspäten«, rief Herr Braun, der hinten auf der Ladefläche saß und seinen Hut auf dem Kopf festhielt. »Vielleicht sollten wir jemanden um Hilfe bitten.« »Hier ist doch weit und breit niemand zu sehen«, sagte Herr Köhler erschöpft. »Dann müssen wir laut auf uns aufmerksam machen«, sagte Herr Braun und rief laut. »Hallo! Ist da jemand?« Es kam keine Antwort. Doch plötzlich zog ein starker Windstoß an ihn vorbei. Herr Brauens Hut flog hoch in die Luft und verschwand irgendwo im Geäst. Der dicke Mäuserich blickte seiner Kopfbedeckung wehmütig hinterher. »Verzeihung!« sagte der Windstoß in einiger Entfernung. Dann machte er kehrt und flog in einem großen Bogen zu den beiden Mäusen zurück. Als er sich ihnen näherte, stellte sich heraus, daß es in Wirklichkeit ein alter Mann war. Ein schwebender alter Magier mit einem Biber auf der Schulter und einem Eichhörnchen an der Seite. Herr Braun strich sich bei diesem Anblick nachdenklich mit der Pfote über die Stelle seines Kopfes, an der bis vor kurzem noch sein Hut gesessen hatte. Der Magier blickte nach oben und dann schwebte er schnurgerade hinauf in die Baumkronen. Dabei rotierte er langsam und seine eigene Achse. Dann holte er Herr Brauens Hut aus dem Zweigen eines Baumes und schwebte dann wieder langsam nach unten. Als er auf dem Boden ankam, wirbelte unter ihm raschelnd trockene Blätter auf. »Bitte!« sagte der Magier und gab den Hut zurück. »Danke!« sagte Herr Braun. »Sie besuchen die Kunstausstellung?« fragte der Mäuserich und deutete auf den Koffer des Magiers. Die Ecke des Briefumschlags mit der Einladung ragte ein wenig heraus. Weit genug, um Herrn Braun einen kleinen Hinweis darauf zu geben, wohin die drei unterwegs waren. »So ist es! Sie hingegen haben Probleme mit Ihrem Fahrzeug und befürchten, zu spät zu kommen!« sagte der Magier und deutete auf den Wagen, der ein wenig im Waldboden feststeckte. Tief genug, um dem Magier zu verraten, daß Herr Braun und Herr Köhler Hilfe brauchten. Im Gegensatz zu Herrn Braun brauchte der Magier normalerweise mehr als nur einen kleinen Hinweis, um etwas auf die klassische Art, also ohne Magie, zu verstehen. Aber in diesem Fall hatte er Glück. »Sie sagen es!« antwortete Herr Braun. »Nun, dann kommen Sie doch mit uns!« bot der Magier an. »Ein paar freie Plätze haben wir noch!« Er hob Herrn Braun auf seine rechte Schulter und half Herrn Köhler zu Eduard auf den Koffer. Der stämmige Mäuserich schüttelte Eduard dem Eichhörnchen zur Begrüßung kräftig die Hand. »Es freut mich!« »Köhler, mein Name!« sagte er. »Tag!« sagte Eduard. Der Magier beschleunigte wieder und zusammen mit dem Biber vom Postamt, Herrn Braun, Eduard und Herrn Köhler schwebte er weiter in Richtung Dotterblumenwiese. Im Mäusewald gibt es so viele Tiere, daß ein mächtiger Magier, der eine Kunstausstellung besuchen möchte, immer damit rechnen muß, daß einige von ihnen eine Mitfahrgelegenheit benötigen. Auf der Dotterblumenwiese hatten sich schon viele Tiere zusammengefunden und warteten gespannt auf die Ausstellung, zu der sie alle vom Kunstverein eingeladen worden waren. Auf der Wiese standen dutzende Staffeleien mit Bildern, die jedoch noch mit weißen Laken verhüllt waren, um die große Eröffnung noch spannender zu gestalten. Herr Ludwig, der Maulwurf, der einen feinen schwarzen Anzug trug, schaute nervös auf seine Taschenuhr. In wenigen Minuten sollte er die Öffnungsrede halten. Sie bestand nur aus wenigen Zeilen, und doch hatte er sich schon viele Male geübt. Insbesondere bei einer Rede von wenigen Zeilen wäre es ihm unangenehm gewesen, sich zu versprechen oder den Text zu vergessen. Ludwig blickte sich etwas desorientiert um. »Klaas?« fragte er und tippte dem Gast neben ihm auf die Schulter. Es war Plato der Frosch, der Klaas der Eidechse zumindest farblich entfernt ähnelte. Allerdings war Plato ein eher unförmiger Schatten, während die Eidechse für den Maulwurf meist wie eine dünne, verschwommene Linie aussah. »Ja?« fragte Plato. Der Frosch unterhielt sich gerade mit Hans dem Otter über ein Lied, das er gerade gehört hatte. »Oh, Sie sind nicht Klaas.« »Nein«, stellte Ludwig verwirrt fest. »Da drüben steht er«, sagte Hans. »Klaas«, rief der Otter seinem Mitmusiker zu. Die Eidechse kam zu ihnen herübergelaufen. Hans zeigte auf den kurzsichtigen Maulwurf und setzte dann sein Gespräch mit Plato fort. »Gleich geht es los, was?« fragte Klaas seinen Freund Ludwig. »Oh, da bist du ja. Ja, gleich geht es los«, sagte Ludwig und wurde schon etwas ruhiger, weil sein guter Freund ihm zur Seite stand. »Viel Erfolg«, sagte Klaas und kloppte den Maulwurf auf die Schulter. Dieser atmete tief durch und dann bahnte er sich entschlossen seinen Weg durch die Besuchermenge. Dabei stieß er aus Versehen einen der Waldzwerge an, die sich gerade mit Peter dem Dachs und seiner Frau unterhielten. »Na, was soll das denn?« brummte Holzer. »Es war sicher ein Versehen«, beruhigte ihn die Dechsin. »Versehen!« sagte Steinberg. Ludwig war viel zu beschäftigt, um zu bemerken, was um ihn herum geschah. Er ging weiter zu seinem Sprechpult. Dort angekommen, nahm er seine Brille ab und putzte die Brillengläser mit einem Tuch. Damit gab er den Besuchern Zeit, ruhiger zu werden und sich auf die nun folgende Eröffnungsrede vorzubereiten. Die Tiere und auch ein Waldschrat wurden leiser und warteten auf die Worte des Maulwurfs. Seine Frau stand in der ersten Reihe und klatschte leise, um ihm Mut zu machen. »Liebe Gäste, es ist mir eine Freude, Sie heute hier auf der Dotterblumenwiese begrüßen zu dürfen«, begann Ludwig. Doch schon wurde er durch ein dumpfes Donnergrollen unterbrochen. Die Gäste wandten sich in die Richtung um, aus der das Grollen gekommen war. In einer Wolke aus Staub und Blättern raste der Magier aus dem Wald heran und bremste kurz vor den erstaunten Ausstellungsbesuchern in der Luft ab. Als sich der Staub gelegt hatte, schwebte er zu Boden und setzte den Biber, Herrn Braun, Herrn Köhler und Eduard das Eichhörnchen auf der Erde ab. Eduard lief sofort zu seinen Freunden Oswald und Edgar hinüber, die schon vor einer halben Stunde angekommen waren. Die anderen gesellten sich zu den Tieren im Publikum und als sich die Aufregung wieder gelegt hatte, setzte Ludwig seine Rede fort. »Der Kunstverein des Mäusewaldes, ist stolz, ihnen zum ersten Mal die Werke eines Künstlers zeigen zu können, der wie sie alle hier im Mäusewald zu Hause ist. Seine Bilder, die er in den letzten Jahren gemalt hat, zeigen den Wald von den verschiedensten Seiten und natürlich aus der Perspektive des Künstlers. Meine Damen und Herren, ich erkläre diese Ausstellung hiermit für eröffnet.